Herr Schulte, wir sind hier in der Nähe von Leipzig, an einem sehr schönen Ort. Alles sehr ruhig. Aber wir sind hier, um über ein ernstes Thema zu sprechen. Sie konstatieren in Ihrem Buch den Kontrollverlust, der gleichnamige Titel. Vielleicht erst mal, um genauer darauf einzugehen, wer verliert denn genau die Kontrolle? Der Bürger oder der Staat? Es gibt ja viele Facetten in dem Buch, die ich anspreche. Wir haben ja einen Kontrollverlust in der Migrationspolitik zu beklagen, den ich sehr ausführlich im Buch behandle. Wir drohen die Kontrolle über unser Bargeld zu verlieren, welches mir sehr wichtig ist. Ich habe ja einen Verein im letzten Jahr mit vielen Mitstreitern gegründet, Pro Bargeld, Pro Freiheit heißt dieser Verein. Wir haben zwei große Grundgebungen für das Bargeld gemacht. Es gibt aber andere Bereiche auch. Der Staat hat ja gerade unlängst beim G20-Gipfel die Kontrolle über einige Straßenzüge verloren, wie wir alle in Deutschland nicht wissen. Aber was ja viel schlimmer ist, wir haben uns in den letzten Wochen mit dem G20-Gipfel beschäftigt. Erst ging es darum, dass die großen Staatsleute hier anreisen. Dann ging es darum, dass sie da sind und was da beschlossen wird. Und dann ging es natürlich auch darum, welche Begleitmusik es von Linksextremisten, der den Antifaschisten dort gab. Und vorher gab es das Thema Homo-Ehe, das uns beschäftigt hat. Manche erfreut hat? Ja, selbstverständlich. Aber es hat abgelenkt von Gesetzen, die in den letzten Wochen völlig unbemerkt für die Öffentlichkeit auf den Weg gebracht werden. Und da drohen wir Bürger, die Kontrolle über unsere Freiheit zu verlieren. Und das sind für mich, ich nenne mal die die großen Baustellen dabei. Es fängt an beim Staatstrojaner. Von dem eigentlich sicherlich viele schon gehört haben, aber bitte. Ja, aber ich sage Ihnen, dass beispielsweise die Maischbergers und Illners sich in ihren Talkrunden, berichtigen Sie mich bitte, in den letzten Wochen darüber sich nicht ausgetauscht haben. Nicht, dass ich wüsste zumindest. Ja, das ist so. Und dieses Thema ist nicht in der bundesdeutschen Öffentlichkeit in der Breite angekommen. Wenn Sie in Ihrem Freundeskreis mal hineinhochen. Ich habe meine Friseurin beispielsweise letzte Woche Mittwoch noch gefragt. An ihr ging dieses Thema vorbei. Und es geht ja weiter. Dieses Gesetz der Staatsrojaner war ja eingebunden in ein anderes Gesetz, in dem es darum geht, dass man uns den Führerschein nicht mehr in Zukunft nur bei Verkehrsdelikten entziehen kann. Und denken wir vor allem an das... Aber die Fahrverbote wurden ausgeweitet. Genau, ganz genau. Im Klartext im Endeffekt, ja. Und denken wir natürlich an das wirklich unsägliche Zensurgesetz unseres Zensurministers Heiko Maas, das ja so toll formuliert wurde vom Deutschen Bundestag. Also Netzwerkdurchsetzungsgesetz, so ist es, ja. Also hört sich eigentlich alles sehr unverdächtig an, aber ist für mich sehr, sehr kritisch. Und darüber möchte ich mit Ihnen hier heute reden. Und natürlich noch ein weiterer Punkt, der auch untergegangen ist, ist die Aufhebung des § 30a der Abgabenordnung. Hört sich erstmal langweilig an im Endeffekt, aber es geht ums Bankengeheimnis. Und das betrifft schließlich alle. Also ich will Ihnen nur mal vorlesen, was da gestrichen wurde. Nur damit unsere Zuschauer auch wissen, warum das durchaus ernst zu nehmen ist. Da steht also drin, bei der Ermittlung des Sachverhalts haben die Finanzbehörden auf das Vertrauensverhältnis zwischen den Kreditinstituten und deren Kunden besonders Rücksicht zu nehmen. Das ist beispielsweise ersatzlos gestrichen auch so einige andere Formulierungen entfallen sind, ersatzlos in der Abgabenordnung. Und damit existiert das Bankgeheimnis in Deutschland nicht mehr. Und ich glaube, auch das haben die allerwenigsten in unserem Land mitbekommen. Das heißt also, wir werden immer gläserner. Auch wenn wir über das Bargel sprechen, wird das ja dann ein Thema. Wir verlieren in immer mehr Bereichen da die Kontrolle. Was beispielsweise das Netzwerk durchsetzt. Also wir Bürger verlieren die Kontrolle. Auch wir Bürger. Auch wir Bürger, ja. Aber macht das ja nicht den Anschein, dass vielleicht auch der Staat eine gewisse Kontrolle verliert, wenn er diese Art von Gesetze auf den Weg bringt? Ich meine, was drückt denn sowas aus? Na schauen Sie, der Staat hat ja in vielen anderen Bereichen die Kontrolle verloren. Wir haben die Kontrolle über unsere Grenzen verloren gehabt und aufgegeben im September 2015. Und den Merkels Rechtsbruch habe ich ja zwei in einem YouTube-Video ja schon hinreichend beleuchtet. Aber ich gehe weit darüber hinaus in dem Buch, ja. Wir haben zu beklagen beispielsweise eine starke Zunahme der Kriminalität, auch wenn der Bundesminister sich im November 2015 hinstellte und das Gegenteil behauptete und nach meinem Dafürhalten nicht im Zentrum der Wahrheit steht. Auch das thematisiere ich im Buch und darüber hinaus. Jetzt haben wir diese Probleme ins Land gelassen und haben jetzt die Situation, dass man natürlich die Kontrolle irgendwie zurückgewinnen möchte. Und man verschärft immer mehr Gesetze. Und wie will man denn dann die Kontrolle zurückgewinnen, wenn diese Gesetze ja eigentlich die Probleme meines Erachtens ist jetzt, wenn ich das jetzt so angucke, ja nicht ansprechen. Wenn Sie sagen, es ist Ausländerkriminalität oder offene Grenzen werden ja hier mit einem Bankengeheimnis oder mit Ausweitung von Fahrverboten, wenn nicht wirklich angesprochen. Schauen Sie auch, wenn man so tut, als ob die Balkanroute jetzt geschlossen sei. Es sind im ersten Halbjahr weiterhin 90.000 Migranten nach Deutschland gekommen. Und das ist nur die offizielle Zahl, weil diejenigen, die über den Familiennachzug ins Land gelangen, die werden ja überhaupt nicht mitgezählt. Da gilt nur der eine, der bereits vorausgeschickt wurde im Jahre 2015. Das sollten wir an der Stelle auch sagen. Das Thema Migration wird ja jetzt in der Bundestagswahlkampfzeit von den meisten ausgespart. Ich denke, die AfD versucht es natürlich reinzubringen, aber alle anderen Parteien versuchen, das Thema ja klein zu halten. Aber das ganze Thema ist ja überhaupt nicht gelöst. Es ist ein Geheimpapier rausgekommen Ende April diesen Jahresjahr von der Bundesregierung, wo gesagt wurde, 6,6 Millionen Menschen warten vor den Toren Europas. Drei Monate vorher hatte unser Geheimdienst nur 5,95 Millionen Menschen gezählt. Wir haben die Situation im Mittelmeer, die ja immer wieder auch Eingang findet in unsere Medien. Aber auch da wird ja vieles zurückgehalten. Den Kontrollverlust haben wir beispielsweise auf nationaler Ebene in dergestalt, dass der Europäische Gerichtshof damit, dass er davon spricht, von der extraterorialen Wirkung der Menschenrechte, sorgt dieser Europäische Gerichtshof dafür, dass Frontex, wenn 20, 30 Kilometer vor der nordafrikanischen Küste Menschen gerettet werden, sie eben nicht an die nordafrikanische Küste zurückgebracht werden dürfen, sondern nach Italien in 480 Kilometer entfernte Sizilien verbracht werden müssen. Das sind ja all die Bereiche, worüber ich auch spreche, wo eben auch Richter nach meinem Dafürhalten inzwischen Recht setzen und nicht mehr Recht sprechen. Ich sage Ihnen aber an der Stelle, weil es da passt eben auch, was mich wirklich zu Weißgut treibt. Im Januar 2016 stellte sich kein anderer als der Präsident unseres Bundesverfassungsgerichts, der Herr Voskuhle, hin und sprach davon, dass in den letzten fünf Jahren eine Sensibilität entstanden sei, dass man geltendes Recht eben nicht immer, dass man rechtliche Regelungen nicht immer durchsetzen könne. Und der Herr Voskuhle hat davon gesprochen und dass man dann eben auch Verträge eben entsprechend weit auslegen müsse. Das sagt jemand, der Präsident des Bundesverfassungsgerichts ist, im Januar 2016 auf einer öffentlichen Veranstaltung. Und dann brauche ich mich ja nicht darüber zu wundern, wenn die Rechtsbrüche der Kanzlerin in der Migrationspolitik, im Bereich des Euros, aber auch in der Energiepolitik, um mal drei Bereiche zu nennen, überhaupt nicht geahndet werden. Wie will man das denn, wie will man das also von einem solchen Mann, der sich in der Öffentlichkeit als Präsident des Verfassungsgerichts hinstellt und derartiges äußert, wie will man von dem wirklich erwarten, dass er dem Recht zur Durchsetzung verhilft. Das heißt, die Gefahr ist ja da, dass die Herrschaft des Rechts uns abhanden kommt. Und das macht mich einfach sehr, sehr besorgt. Und somit konstatieren Sie einen Kontrollverlust von Seiten des Staates. Aber wie sollen denn die Gesetze, die wir oder die Gesetzeszusätze oder die gestrichenen Gesetze eben dafür sorgen, dass der Staat wieder Kontrolle erlangt? Dann schauen Sie, wir müssen ja erstmal das Problem bei den Wurzeln packen. Milton Friedman hat mal gesagt, sie können entweder einen Wohlfahrtsstaat haben oder offene Grenzen haben, aber sie können nicht beides zusammen haben. Und wir stoßen ja auch finanziell. Momentan wird das verdeckt über die Niedrigzinsen der Europäischen Zentralbank, wo der Staat, unser Staat momentan keine Zinsen zahlen muss. Das erspart uns ja locker 20, 30, 40 Milliarden Euro im Jahr an Zinsausgaben des Staates. Und dann können wir uns über 35 Milliarden Euro auch an Kosten für die Migrationspolitik allein im Jahre 2016 leisten. Das ist im Übrigen mehr, als der gesamte Staat in Deutschland ausgibt für Brücken, für Straßen, für Gebäude, für Infrastruktur, für Investitionen. Nur um auch an der Stelle mal so ein bisschen das Ganze in Relation zu rücken. Und wir können sowohl, was die innere Sicherheit angeht, als auch eben letztlich das Thema Finanzen, Wohlfahrtsstaat angeht, mit offenen Grenzen einfach nicht weiterkommen. Und all die im linken Bereich, die träumen von offenen Grenzen und die das ausblenden, die gefährden letztlich auch die Zukunft unseres Staates. Und ich bin nicht bereit. Es ist so bei mir beispielsweise vor dem Haus 400 Meter entfernt befindet sich ein Park. Da fand jetzt ein Fest am Wochenende statt. Und dieses fand zum ersten Mal, gab es noch nie, eingezäunt statt. Oder wenn wir an Köln und Silvester denken. Ich bin nicht bereit, dass wir unsere innere Sicherheit auffahren. Das Vorwort hat ja für mein Buch Willi Wimmer geschrieben. Und er geht ja auf die Freiheitsaspekte ein. Und er geht darauf ein, wie diese schweren Versäumnisse der Bundeskanzlerin dazu führen, dass eben unsere Freiheiten im Inneren jetzt preisgegeben werden. Aber wie soll das denn die Probleme lösen? Schauen Sie, ich sage nicht, dass das alles die Probleme löst. Ich will ja letztlich die Ursachen bekämpfen. Das habe ich Ihnen ja gerade gesagt, wo ich die Ursachen sehe. Das heißt, wir kurieren ja jetzt nur an Symptomen rum. Das heißt, wir müssen an die Ursachen des Problems. Und ich bin nicht bereit, ein Netzwerkdurchsetzungsgesetz zu akzeptieren, was dazu führt, dass viele meiner Freunde in Facebook bereits für drei Tage oder für sieben Tage, wohlmöglich bald sogar für 30 Tage, gesperrt werden. Aber welche Probleme sollen denn dann diese neuen Gesetze zusätzlich lösen? Schauen Sie, das alles sorgt, dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz, sorgt doch vor allem für eines, dass hier weiter Nebelkerzen gezündet werden. Dass diese Probleme, die aus all dem, was ich hier schildere, resultieren, dass die eben vor der Öffentlichkeit verheimlicht werden. Und diese Probleme sind ja da. Ich werde ein Video auch veröffentlichen zum Thema Kriminalitätslüge, wo ich ganz klar sage, dass der Bundesminister mit Aussagen, die er getätigt hat, nicht im Zentrum der Wahrheit steht. Aber das soll ja nicht rauskommen. Ich sage Ihnen mal ein konkretes Beispiel, wie momentan die Leute in die Fichte geführt werden. Da hat die FAZ letzte Woche darüber berichtet, dass Migranten unsere Krankenkassen entlasten. Und das Handelsblatt hat dann eins draufgesetzt mit der wunderschönen Headline, mit der wunderschönen Überschrift Migranten retten Krankenkassen. Migranten retten Krankenkassen. Was aber Faktum ist, ist, dass die 97 Euro, die der Bund den Krankenkassen erstattet für einen arbeitslosen Flüchtling, und da sind ja nun die meisten Migranten hergekommen in den letzten zwei Jahren. Und sie dürfen nun auch nicht arbeiten. Dass die in keiner Weise ausreichen zur Kostendeckung. Ganz klar. Die Krankenkassen sagen ganz klar, dass diese 97 Euro überhaupt nicht ausreichen. Was hat man hier also gemacht? Hier konzentriert man sich darauf, dass die Migranten, die arbeiten, angeblich weniger oft krank sind als Deutsche und deshalb einen Beitrag dazu leisten, Krankenkassen zu entlasten. Dass das aber in der Gesamtbetrachtung in keiner Weise zutreffend ist, muss ich glaube ich jetzt hier nicht noch weiter ausführen. Und ich ärgere mich darüber, weil das ist ein Beitrag zu Fake News. Das sind Fake News hier im Handelsblatt und in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, wie eben letztlich schön gefärbt wird. Und es gibt ja auch viele andere Beispiele. Aber sagen Sie denn dann, dass diese, weil wir uns jetzt auf diese Gesetze konzentrieren, über die nicht so viel gesprochen wurde in letzter Zeit, meinen Sie, dass diese neuen Gesetze, Hate Speech Gesetz vor allen Dingen, dafür da sind, um diese Probleme zu verschleiern? Also was anderes ist doch nicht naheliegend. Schauen Sie, ich kann ja nicht in die Köpfe des Bundesjustizministers gucken. Aber wie wäre es dann mit dem Fall mit dem Bankengeheimnis oder mit dem Fahrverbot? Hängt das in unmittelbarem Zusammenhang mit einem der größeren Probleme? Ja, schauen Sie, ich möchte mit dem Buch ja ganzheitlich die Probleme beleuchten. Und vieles hier hängt natürlich auch mit der Geldpolitik zusammen, mit letztlich dem maroden Geldsystem zusammen, mit den Negativzinsen der Zentralbank. Und auch das erfordert natürlich letztlich dieser Staat. Ich will es mal so auf den Punkt bringen. Wir sind mit finanzieller Repression konfrontiert. Dieser Staat mit diesem Geldsystem, mit der weltweiten Überschuldung, die ja jetzt weiter angestiegen ist global. 327 Prozent macht die Verschuldung global, weltweit jetzt aus, der Weltwirtschaftsleistung im ersten Quartal diesen Jahres. Ende 2016 waren es 325 Prozent und Ende 2015 320 Prozent. Also trotz dieser extrem niedrigen Zinsen nehmen die Schulden immer weiter zu in Relation zu unserer Weltwirtschaftsleistung. Das nun mal so am Rande. Und dieses System verträgt immer weniger die Wahrheit. Es verträgt im Finanzbereich immer weniger die Wahrheit. Und die Migrationspolitik unserer Kanzlerin verträgt auch nicht die Wahrheit. So, und deshalb muss man dann natürlich mit einem solchen Netzwerkdurchsetzungsgesetz alles daran setzen, dass es nicht unangenehm für das Establishment wird. Aber ich will da den Finger auf die Wunde legen und will die Menschen hinweisen auf diese ganzen Fehlentwicklungen. Und dann nennen wir Fakten und keine Verschwörungstheorien. Ich meine, Sie waren lange Zeit bei der CDU, 26 Jahre. Das heißt, Sie kennen ja auch ein bisschen das System, das Sie jetzt auch hier kritisieren. Ist es eigentlich normal, diese Art von Einschränkungen in die Wege zu leiten? Ist das üblich, vielleicht auch kurz vor den Bundestagswahlen? Also ich war mal auf kommunalpolitischer Ebene Mandatsträger für die CDU. Und wenn die Polizeipräsidentin damals bei uns war, haben wir nur in nicht öffentlicher Sitzung über Außen der Kriminalität gesprochen. Und ich will ja auch hier nicht als Hassprediger in Erscheinung treten. Das heißt, Pauschalierungen sind ja nicht gut. Und ich will auch das an der Stelle sagen, die meisten Migranten, die hierher gekommen sind, sind Opfer. Das darf mich aber nicht daran hindern, eben auch die Probleme, die Auswüchse zu beschreiben. Und ich spreche das jetzt hier in diesem Interview auch mal ganz bewusst an, was ich als sehr, sehr kritisch ansehe. Mir fällt auf, die Leute, die Freunde in Facebook, die islamkritische Aussagen machen, berichten mir, dass diese Kommentare sofort in Facebook gelöscht werden. Und wie kann das sein? Wie kann das sein? Im Übrigen all diejenigen, die sich gefreut haben darüber, dass die Homo-Ehe jetzt gekommen ist, und die sollten sich mal anschauen, was der Konstantin Schreiber, dieser gut aussehende Moderator, der erst bei NTV war, doch auch ein Buch geschrieben hat, weil er in die Moscheen ging, dort mal den Hasspredigern ja mal auf die Finger geschaut hat, dazu ein Buch gemacht hat, der jetzt bei der ARD arbeitet. Der hat also in Twitter darüber geschrieben und seinen Kommentar schließt, aller verfluche euch. Das würde man also im arabischen Raum zu diesem Homo-Gesetz sagen. Und er hat also berichtet, wie man dort berichtet hätte darüber, dass die Frau Hendricks, unsere Bundesumweltministerin, jetzt ihre Partnerin heiraten wolle. Und dann fällt dort Kommentar im arabischen Raum, aller verfluche euch so. Und darüber können wir in Facebook beispielsweise nicht berichten. Es gibt viele, die mir... Ich habe also zum Islam in Facebook noch nie etwas gepostet. Ich kann es also selbst nicht selbst sagen. Aber ich weiß es von vielen Freunden, die derartiges gepostet haben und damit konfrontiert sind, dass es gleich gelöscht wird. Das kann doch nicht sein. Und meinen Sie, das ist in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das ja jetzt erst beim Bundesrat irgendwie durchgewunken wurde? Das Ganze häuft sich eben in den letzten Tagen und Wochen. Ich sehe wirklich bei vielen in den letzten zwei, drei, vier Wochen ganz gehäuft, dass sie ausgeblendet werden. Nehmen wir mal ein Beispiel Oliver Jannich, der ja mal für Fokus gearbeitet hat, der davon heimgesucht wurde. Das ist ein Beispiel von vielen meiner Facebook-Freunde. Und ich will es nochmals an der Stelle auch sagen, weil das haben wir gerade noch gar nicht so deutlich gemacht, ja. Ich finde es völlig inakzeptabel, dass mit Twitter und Facebook private, also Unternehmen damit beauftragt werden, zu entscheiden, was rechtlich zulässig ist und was nicht geht rechtlich. Schauen Sie, wo kommen wir denn da hin? Das kann doch nicht sein. Hier stirbt die Meinungsfreiheit in unserem Land. Und da verstehe ich keinen Spaß. Aber Sie werden ja unter Druck gesetzt durch die Gesetze, durch die Regelungen. Also müssen Sie ja das tun, was der Staat... Ja, aber von einem Establishment in diesem Land, welches die Wahrheit ja nicht mehr verträgt. Welches die Wahrheit nicht mehr verträgt. Welches mit den realen Auswüchsen der Politik und letztlich mit den Auswüchsen des Staatsversagens, das wir vor allem eben September und Oktober 2015 erlebt haben. Wobei, da tue ich ja all den Verantwortlichen in unserem Staat, den ganzen Polizisten und vielen anderen Unrecht. Es war kein Staatsversagen, es ist eben ein Organversagen. Und dieses Versagen hat ja einen Namen, nämlich es ist das Versagen Angela Merkels und des Bundesimministers. Der letztlich sich von Merkel dort hat vor den Karren spannen lassen. Nun, so sehr der Staat versagen mag, wir stehen kurz vor den Bundestagswahlen und ich glaube nicht, dass dieses Staatsversagen angekommen ist. Ich meine, läuft doch alles. Deshalb... Oder ist das nicht so? Ja, es wird ja auch alles ausgeblendet. Ich habe das ja schon gesagt zum Thema Migration. Das wird ja momentan gar nicht behandelt oder es wird so getan. Die Bundeskanzlerin hat im Juni jetzt 300 Millionen Euro für die Afrikahilfe zur Verfügung gestellt und tut jetzt so, als ob wir damit die Probleme Afrikas lösen würden. Sie wissen doch so gut wie ich, dass das lächerlich ist. Das ist eine reine Beruhigungspille, die jetzt momentan an das Wahlvolk eben verabreicht wird. Aber die Probleme sind nicht gelöst. Beispielsweise der Familiennachzug für Personen mit nur subsidiärem Schutzstatus wird ja im März 2018 aufgehoben. Das heißt, die Probleme werden sich da auch weiter verschärfen. Die Probleme im Mittelmeer sind ja in keiner Weise gelöst. Ich habe ja schon gesagt, heute warten mehr als vor einem halben Jahr vor den Toren Europas darauf, hier reinzukommen. Hier ist nichts gelöst. Und darüber müssen wir ja heute reden. Wenn ich aber in Facebook sehr pointiert das machen würde, würde ich ja auch relativ schnell gesperrt. Und das kann doch einfach nicht sein. Das vermuten Sie ja jetzt noch. Dieses System muss die Wahrheit vertragen. Ich meine, Sie haben ja einen YouTube-Kanal und Sie haben auch ein Video veröffentlicht mit dem Titel Merkels Rechtsbruch eben. Und ich meine, meines Wissens wurde das Video ja nicht runtergenommen. Das geht auch nicht. Ich habe das von einem der renommiertesten von der Sozietät, Prof. Dr. Ralföcker, abnehmen lassen vorher. Ich habe mich sehr bemüht, dass ich da keine Angriffsfläche biete. Weil bei allem, was ich tue, können Sie sich vorstellen, muss ich dafür Sorge tragen, muss sehr vorsichtig agieren. Ich sehe, wie die Wirtschaftssoche Max Otte und Dirk Müller und Prof. Pollard und mich auf einer Seite durch den Kakao kürzlich gezogen hat. Der Hessische Rundfunk hat eine Ueberrechtsverletzung geltend gemacht. Nur bei Mitschnitten, als ich auf der ARD-Bühne auftrat, Anfang April auf der größten Anlegermesse in Deutschland auf der Invest in Stuttgart, hat der Hessische Rundfunk dies jetzt rausnehmen lassen. Das waren nur meine Wortbeiträge. Ich meine, ich muss Ihnen nicht erzählen, dass natürlich der Fernsehsender selbst die ausschließlichen Bildrechte daran hat. Aber ich habe ja, ich war ja auch im ZDF-Journal etc. Das ist alles auch heute noch arriviert in meinem YouTube-Kanal. Und daran hat das ZDF nicht Anschluss genommen. Und das nur mal an der Stelle. Und deshalb merken Sie auch vielleicht, dass ich da etwas dünnhäutig bin. Weil ich merke, wie es hier um unsere Meinungsfreiheit in unserem Land inzwischen geht. Ist das das größte Problem? Das ist mit eines. Ja, ich habe ja heute schon hier viele Probleme angesprochen. Ja, es ist mit ein gewaltiges Problem. Weil die Meinungsfreiheit, die muss uns lieb und teuer sein neben der Privatsphäre. Ja, vielleicht kennen Sie den Ausspruch von dem Snowden, da ich ja für das Bargeld kämpfe und mir das so wichtig ist, damit wir eben nicht völlig gläsern werden für den Staat. Zitiere ich ja immer die Aussage von Edward Snowden, wenn man sagt, die Privatsphäre ist mir egal, ich habe nichts zu verbergen. Dann ist das so, wie wenn man sagt, die Redefreiheit ist mir egal, ich habe nichts zu sagen. Und ich sage Ihnen, mir ist der Schutz meiner Privatsphäre wichtig und mir ist eben der Schutz meiner Meinungsfreiheit wichtig. Und mir ist unser Land wichtig. Mich interessiert noch, warum denn der Staat, die Regierung Interesse daran hätte, die Bürger, wie Sie jetzt auch sagen, in ihrer Meinungsfreiheit einzuschränken. Was ist denn das Interesse daran? Warum will man denn, sorgt man nicht dafür, eher für Unruhen, dass man jemanden wie Sie dann hat, der sich darüber tierisch aufregt? Denn nochmals, den meisten Bürgern fällt ja das Gesetz zum Staatsrujaner nicht auf. Die meisten Bürger beschäftigen sich gerade nicht mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, weil beides ist eben nicht in den großen Talkrunden in den letzten Wochen in unserem Land thematisiert worden und dahinter steckt ihr System. Das heißt also, die Verantwortlichen sehen eine Möglichkeit, letztlich all diejenigen, die Kritik üben, anders denken, die eben nicht auf Regierungskurs sind, in die Ecke von Fake News zu stellen oder in die Ecke von Hasspredigern zu stellen und damit zu diskreditieren. Und das verfängt natürlich auch bei sehr vielen. Ich kann ja nur sagen, ich sage es immer wieder, Fakten statt Postfaktisches in meinen YouTube-Videos, in meinem Buch, das ist alles belegt, das ist alles sauber recherchiert, das sind seriöse Quellen, weil ich es diesen Gegnern nicht einfach machen möchte. Aber das Problem ist wirklich, diese Leute dort meinen ja sogar noch, dass sie im Recht sind. Auch wenn dieser Verfassungsschutzpräsident da diese Aussage macht, dass jetzt diese Sensibilität entstanden ist in den letzten fünf Jahren, dass man eben nicht mehr alle rechtlichen Regelungen durchsetzen kann, die fühlen sich ja sogar noch im Recht. Die glauben ja, dass sie was Gutes tun, wenn sie Rechtsbrüche in Sachen Euro etc. oder auch in der Migrationspolitik, wenn sie da wegschauen, wenn sie diese Rechtsbrüche weiter zulassen. Sie glauben ja, dass sie damit etwas Gutes tun. Aber damit ist der Beliebigkeit im Rechtswesen Tür und Tor geöffnet. Und dagegen müssen wir uns auflehnen. Und ich sage Ihnen persönlich auch, warum ich dieses Buch geschrieben habe und warum ich jetzt versuche, viele Interviews zu geben und in den nächsten sechs bis zwölf Monaten versuche, das Problembewusstsein bei vielen Menschen herzustellen. Ich glaube, dass wir die Vormachtstellung der Konzerne, der supranationalen Konzerne weltweit, dass wir die Demokratiedefizite in Europa und die wirklich großen Fehlentwicklungen auch in Deutschland nur in den Griff bekommen, wenn wir eine Massenbewegung für direkte Demokratie in Deutschland und Europa vom Zaune brechen. Das heißt, Sie meinen, dass die Allgemeinheit, die sich ja eigentlich mit diesen Themen nicht auseinandersetzt, bessere Entscheidungen treffen würde? Schauen Sie, und da fängt es ja an. Wir brauchen den mündigen Bürger und wir müssen dafür sorgen, dass an den Schulen wieder die Menschen dazu erzogen werden, sich eine eigene Meinung zu bilden. Mein Patenkind ist jetzt 18 Jahre jung, hat gerade ihr Abitur gemacht und sie berichtet mir, wie sie nicht eben letztlich darauf geschult wird, von ihren Lehrern eine eigene Meinung auszubilden. Sie hat mir berichtet, dass diejenigen, die sich kritisch zur Migrationspolitik geäußert haben, von ihrer Lehrerin gar nicht mehr drangenommen wurden. Das sind für mich erschreckende Beispiele. Und ich sage dann immer, ich hatte einen Rallye-Lehrer, der fuhr immer mit einem Wohnmobil vor, der war bei den Grünen sehr aktiv, das war ja in den 80er Jahren. Der war Berufsdemonstrant, ist so jeder Demo hingefahren, dafür hat er sein Wohnmobil gehabt. Und der liebe Ottmar, der hat mir eine Eins im Rallye-Unterricht gegeben, obwohl er wusste, dass ich damals schon sehr schwarz angehaucht war. Heute bin ich ja nicht mehr CDU-Mitglied. Ja, aber wir haben uns einander geachtet, auch wenn wir politisch immer ganz weit in vielen Fragen auseinander waren. Aber Sie reden von der Generationenaufgabe jetzt gerade. Das ist eine Generationenaufgabe so. Und ich sage ja auch nicht, dass wir morgen oder übermorgen bereits eine Volksabstimmung über einen Euro herbeiführen müssen. Oder eine Volksabstimmung über die Politik der offenen Grenzen der Bundeskanzlerin herbeiführen müssen. Aber ich sage, es muss unser Ziel sein, dass wir zu direkter Demokratie kommen. Weil die Schweiz ist ein leuchtendes Beispiel dafür seit dem Jahre 1891, dass es funktionieren kann. Dass es erfolgreich funktionieren kann. Und dass die Leute nicht auch beispielsweise irgendwelchen Halsversprechungen sofort auf den Leim gehen. Die Schweizer haben ja beispielsweise das Grundeinkommen nicht akzeptiert. Nur mal ein Beispiel dafür. Und das kann funktionieren. Ich muss die Menschen nur fordern. Ich bin der Meinung, dass die Menschen selbst entscheiden können sehr wohl. Aber die Menschen entscheiden doch auch jetzt selbst, wen sie wählen. Ja, aber wissen Sie, die Entscheidungen werden doch auch getroffen von Wählern. Schauen Sie, und das ist ja das, wissen Sie, wie hat Seehofer doch mal sehr, sehr schön gesagt, auch wenn es in der Anstalt war. Ja, diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt und diejenigen, die gewählt sind, haben nicht zu entscheiden. Ja, wir führen hier Grabenkämpfe zwischen Grünen und AfD-Leuten oder zwischen der CDU und der SPD. Aber was ändert sich denn wirklich? All diese Leute lassen sich vor den Karrenspannen von supranationalen Konzernen. Schauen Sie sich jetzt aktuell an. Wir haben uns bereit erklärt als Europäische Union, dass wir nun mit Japan ein Freihandelsabkommen machen. In Wirklichkeit müsste man nicht Freihandelsabkommen sagen, sondern Konzernermächtigungsgesetz. Dazu die Japaner wollen nämlich, das steht bis heute im Raum, wollen nämlich private Schiedsgerichte haben. Da sind wir wieder bei den Themen. Und dann sagen Sie mir bitte nicht, dass Sie darüber abstimmen am 24. September, ob es zu einem Freihandelsabkommen der EU mit Japan kommt, ob private Schiedsgerichte dabei eben letztlich eine Rolle spielen. Inwieweit Konzerne dazu mit Rechten ausgestattet werden, die weder Sie noch ich haben, darüber stimmen Sie nicht ab. Sie haben auch selbst nie abgestimmt darüber, ob Sie den Euro haben wollen und ob die Euro-Rettungspolitik richtig ist, die nämlich gegen Gesetze verstößt. Und deshalb möchte ich nochmals sagen, für mich ist es ganz, ganz wichtig, wir haben, glaube ich, bei all den Problemen, die ich im Buch schildere, nur eine Chance in den nächsten Jahren, wenn wir uns für direkte Demokratie einsetzen. Dann gehen Sie davon aus, dass die Bürger quasi so entscheiden, wie Sie das vermutlich auch tun würden. Wenn die Menschen für den Euro sind, dann habe ich das in einer Demokratie zu akzeptieren. Wenn Sie jetzt sagen, dass wir so ein systemisches Problem haben, Sie meinten ja auch, dass diese Dinge überhaupt nicht diskutiert wurden auf medialer Ebene, die bekannten Talkshows Anne Will, Maischberger und so weiter und so fort, dann haben wir ja auch irgendwie ein Kommunikationsproblem, dass das irgendwie nicht ankommt. Man kann sich informieren, die Informationen gibt es, aber wir wissen ja auch, wie die Menschen Medien lesen. Die Mehrheitspresse ist ja klar, dass sie ein viel größeres Publikum haben. Also wie löst man denn dann dieses Problem? Schauen Sie, es gibt doch viele andere Probleme und ich will es nur ganz kurz nochmals sagen, die Europäische Zentralbank steht außerhalb jeder Kontrolle. Und ich habe ja den Herrn Draghi damit konfrontieren wollen mit diesen Fragen dazu und durfte sie nicht stellen. Ich habe ihm aber andere Fragen gestellt, womit ich mich unbeliebt gemacht hatte, danach durfte ich keine Fragen mehr stellen. So etwas wird nicht thematisiert in unseren Mainstream-Medien. Und warum nicht? Wem gehören diese Mainstream-Medien? Wer finanziert diese Mainstream-Medien? Naja, Sie wissen, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk finanziert ist. Entweder haben Sie den öffentlich-rechtlichen, da gibt es einen ZDF-Verwaltungsrat, wo mal angerufen wird dann und gesagt wird, guck mal hier und da und da und da müsst ihr doch mal anders berichten. Ja, da wird politischer Einfluss genommen. Und wie? Woher wissen Sie das? Ja, das weiß ich. Das weiß ich. Ich kenne jemanden, der ja lange Zeit im ZDF-Verwaltungsrat war. Ich sage das hier sogar als Beispiel. Der war damals, ich sage es jetzt heute, ich bin da eh nicht mehr in dem Verein, der sich CDU schimpft, dabei. Der war damals CDU-Generalsekretär und ich schwöre Ihnen, eine schöne Geschichte, war mal eine schöne Anekdote, auch wenn ich ihm versprochen habe, nichts aus den Gesprächen zu berichten. Aber wie er durchgesetzt hat, da hat mal also bei einer Talkrunde keiner geklatscht, da waren nämlich keine CDU-Leute dabei. Und danach hat er dann also durchgesetzt, dass bei diesen Talkrunden im Zuschauerbereich, dass immer einigermaßen für die Parteien paritätisch besetzt wird. Sprechen wir es hier nur mal aus. Das ist eine harmlose Anekdote, aber die zeigt, aus welcher Richtung hier der Wind weht. Und so läuft es hier. Oder ich habe bei einer Zeitung beispielsweise, da weiß ich noch, wie eine Journalistin mich anrief kurz vor Weihnachten und wirklich zu weinen begann. Es geht um eine der größten deutschen Tageszeitungen und da hat sie sich ausgeheult, weil damals der Pressesprecher einer der allergrößten deutschen Banken, ich darf das aus verständlichen Gründen jetzt nicht weiter ausführen, den Chefredakteur, den Herausgeber der Zeitung anrief und gesagt hat, wenn ihr weiterhin so kritisch über unsere Bank berichtet, dann werden wir bei euch nicht mehr inserieren. Und so läuft es ja im privaten Medienbereich ab, dass dann die Aufraggeber damit drohen, eben nicht mehr Anzeigen zu schalten. Und so nimmt natürlich die gesamte Finanzwelt und Versicherungsfeld ja auch sehr, sehr starken Einfluss auf die Art und Weise der Berichterstattung. Das sind auch ganz, ich denke, dass jeder, der uns hier zuschaut, wird hier nicht sagen nach diesem Gespräch, der vertritt hier nur Verschwörungstheorien. Ich würde wirklich sagen, dass alles, was ich hier sage, das hat sich wirklich ereignet, das ist die Wahrheit. Wenn wir jetzt nochmal zu dem großen Thema zurückkommen, Freiheit, die Freiheit, Sie sehen die Freiheit gefährdet in Deutschland für die Bürger. Wie lösen wir denn dann das Problem unmittelbar? Wenn wir jetzt vor diesen Gesetzen stehen, wie das Fahrverbot, ich meine, das kann wirklich das Leben für manche Leute verändern, oder auch mit dem Bankengeheimnis, es können jetzt noch mehr Konten abgerufen werden, aber wie lösen wir denn das unmittelbar? Schauen Sie, wenn es ums Bargeld geht, kann ich Ihnen nur sagen, zahlen Sie weiter bar. Und auch da ganz konkret, darüber haben wir gar nicht gesprochen, am 1. Juni diesen Jahres hat der Bundestag die zweite Zahlungsdienstrichtlinie auf den Weg gebracht. Die verbietet nämlich, dass in Zukunft Gebühren für unbare Zahlungsvorgänge erhoben werden können. Im Kontrast dazu, dass Sie mit einer Kreditkarte kostenlos zahlen können, mit Ihrer EC-Karte, mit Ihrer Bankkarte, dass Sie damit auf jeden Fall kostenlos einkaufen gehen können. Aber mit Bargeld nicht. Ja, und das Interessante ist, wenn Sie aber beispielsweise bei der Stadt Düsseldorf mehr als 10 Euro Barzahlung leisten, müssen Sie einen Euro Strafgebühr zahlen. Nur mal als Beispiel. Da hat der Gesetzgeber sich nicht zum Schutzpatron des Bargelds gemacht. Der Gesetzgeber macht sich, der Deutsche Bundestag wird damit zum Schutzpatron von modernen, das ist ja schön, von modernen, unbaren Zahlungsmethoden. Und er wird damit zum Totengräber für das Bargeld als ein Beispiel. Und dahinter steckt ja System. Hier werden ja auch von Lobbyisten, erfolgt ja eine ganz, ganz starke Einflussnahme. Und da merken Sie, dass ich sehr emotional werde, weil es geht hier um unsere Freiheit. Und ich sage Ihnen, das Bargeld wird in den nächsten Jahren schleichend sterben. Und Willi Wimmer hat im Vorwort meines Buches geschrieben, wenn man uns diese Freiheit einmal genommen hat, dann bekommen wir sie nicht mehr wieder. Zumindest nicht so schnell. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir heute Problembewusstsein schaffen, dass wir den Menschen Augen öffnen, dass wir darauf hinweisen, dass wir uns wirklich auf dem Holzweg befinden. Aber dann sagen Sie doch, was jetzt unmittelbar getan werden kann. Was soll man denn machen? Ich kann Ihnen nur sagen, ich kämpfe für das Bargeld. Wir werden im nächsten Jahr sicher auch Kundgebung machen. Weil die Bargeld-Obergrenze, die wird ja wahrscheinlich EU-weit kommen. Wolfgang Scholler hat das ja im letzten Jahr gesagt. Das ist auch noch interessant, weil ich weiß, das Bargeld, das ist wirklich ein großes Thema für Sie. Warum koppeln Sie diese Freiheit so sehr an das Bargeld? Warum? Man könnte doch auch sagen, ja, wenn ich mit Kreditkarte zahle, klar, ist man irgendwie nachprüfbar, aber man kann doch immer noch alles bezahlen. Aber erstens, Ihre Freiheit ist Ihnen dann genommen mit Bargeld oder womit Sie zahlen wollen. Mir geht es ja nicht darum, dass ich Ihnen vorschreiben möchte, dass Sie Ihre Kreditkarte daheim lassen. Sondern ich möchte selbst die Freiheit haben, selbst zu entscheiden, ob ich bar zahlen möchte oder nicht. Und ich kann Ihnen wirklich nur sagen, in dieser Welt von Big Data ist es mir eben wichtig, dass ich nicht überall Spuren hinterlasse. Das will ich einfach nicht. Also ich zahle weitgehend bar. Und diese völlige Gläsernheit, die muss nach meiner festen Überzeugung verhindert werden. Die Privatsphäre muss geschützt werden. Und ich schwöre Ihnen, in einer Welt ohne Bargeld ist das nicht möglich. Aber es gibt ja auch andere Bereiche, die da mit rein spielen. Wenn Sie den Menschen das Bargeld nehmen, dann nehmen Sie letztlich auch die Möglichkeit, aus dem Bankensystem zu fliehen. Sie sind ja gezwungen, sich im Bankenbereich aufzuhalten. Sie können auch von Negativzinsen von Banken nicht mehr fliehen. Das sind ja auch alles Aspekte, die hier mit rein spielen. Und nochmals, Sie werden wirklich völlig gläsern. Sie werden völlig überwachbar. Und wenn man das will, dann müssen wir diesen Weg nur weitergehen. Und ich will das eben nicht. Das wäre jetzt vielleicht noch eine abschließende Frage. Geht es noch zurück? Schaffen wir das noch, unsere Freiheit, von der wir hier sprechen, zurückzuholen? Wenn wir jetzt sehen, diese Gesetze, die auf den Weg gebracht werden? Ich kann nur sagen, wir brauchen eine Massenbewegung in unserem Land in den nächsten zwei, drei Jahren für direkte Demokratie. Ohne das werden wir es vermutlich nicht schaffen. Diese Vormacht der supernationalen Konzerne, die ja hier überall mit rein spielen, Visakarte etc., die ja massiv Einfluss nehmen. Denken Sie nur daran, Visa ist beispielsweise Hauptsponsor des ABBA-Museums, der schwedischen Musikgruppe in Stockholm, die beispielsweise dort stolz darauf sind, dass sie ein cashless Museum sind. Also auf Bargeldzahlungen verzichten. Der eine, das eine B hier, der Björn Ulwius, ist ja einer der großen Protagonisten dieser Musikgruppe, aber in Schweden für eine Welt ohne Bargeld. Aber dahinter stecken ja auch entsprechende Einflussnahmen. Hier geht es um große Konzerne, die bei TTIP, CETA, bei dem Freihandelsabkommen mit Japan, was wir eigentlich Konzernermächtigungsgesetz betiteln müssen, die ja überall hier reingreifen. Und glauben Sie mir, wir müssten das ganzheitlich betrachten. Mein Buch soll der Versuch sein, die Menschen hier zu sensibilisieren, weil wir kriegen zwar immer nur so kleine Mosaikstücke hier und da mit und sehen, ach da, das ist besorgniserregend und das macht mich etwas besorgt und das ist schon irritierend. Aber wir müssen das große Ganze sehen und deshalb, ich will nur sagen, wir dürfen, ich weiß, dass viele sich machtlos fühlen, dass sie resignieren. Aber wir müssen bereit sein, den Menschen Augen zu öffnen. Wir müssen bereit sein, für unsere Freiheit und Demokratie zu kämpfen. Und da möchte ich von meiner Seite nur abschließend sagen, das, was ich als letzten Satz in meinem Buch geschrieben habe, nämlich von Bertolt Brecht, Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat bereits verloren. Lassen Sie uns kämpfen. Es geht um unsere Freiheit und um die Demokratie.